Zeller Gunn ist auf jeden Fall ein wichtiger Partner für uns geworden und ist an Spieltagen und an Trainingstagen gar nicht mehr wegzudenken. Ich mische Zeller Gunn, Tico und Aurum jetzt schon seit einigen Jahren für die Spieler, steht denen vor dem Training, nach dem Training und auch während des Spiels immer zur Verfügung und es wird wunderbar von den Spielern angenommen. Wir nutzen neben den Konzentraten auch noch die Fruchtriegel und das Müsli Streugott, gemeinsam mit Magerquark und frischem Obst, was den Spielern sehr gut schmeckt. Die Kosmetikartikel bieten wir noch nicht an, ist auch noch nicht nötig. Zeller Gunn sind funktionelle Lebensmittel, durch Zeller Gunn sind die Spiele optimal versorgt, sie sind ausdauernder und werden in der Regeneration gefördert. Meiner Meinung nach ist das echt ein super Produkt. Also ich fühle mich richtig fit damit, kann nach dem Spiel meine Haushalte sofort wieder auffüllen und vor allem, ich finde bei mir jetzt auch, dass man echt weniger krank wird dadurch, wenn man das täglich zu sich nimmt. Da ist so viel Gutes drin, Mineralstoffe, Nährstoffe, das kann man mit einer normalen Ernährung gar nicht alles aufnehmen. Hier Weizengras, Apfel, Acerola, Granatapfel, Limette, Paprika, schwarze Johannisbeere, Orange, Ariona, Sanddorn, Quinoa, Racuja, Salbei, Mate, Schafgarbe, Angelika, Fenchel, Kamillenblüben, Löwenzahnwurzel, vergorene Stutenmilch oder sowas exotisches wie Möhrensaft, Kümmel, Kresse, Artischocke, Gelee Royale. Das sind nur echte Vitamine, nichts künstlich, alles Natur. TGO versorgt den Sportler optimal mit allen wichtigen Nährstoffen, ist vorbeugend gegen Nährstoffmangel und daraus resultierenden Kämpfe. Und somit unterstützt es uns auch in der Regeneration. Ja, eigentlich fängt hier jetzt schon die Prävention an. Man könnte schon sagen, Salagon gehört zum Medical Team.